hallo und herzlich willkommen meine genossen mein name ist dennis und heute gibt es immer ein gunfight auf der karte wie heißt die karen ne gar nicht keine ahnung auf jeden fall ein wie dem auch sei wir spielen hier mit dem lieben kevin zusammen und holen uns jetzt der ist links einer auf dem häuschen oben links ich gehe schon in mitte abdecken bin in der mitte drin dieses sniper licht das verrät einen ich weiß das aber mega geil so das ist wenn die sonne drauf reflektiert irgendwie sowas naja muss ja das ist nicht wir sehen rechts ich wollte gerade noch mal abdrücken digga ja rechts der märkte scheiße genau das hatte ich das ist wort gelesen der wird habe ich nicht vor die kugel ging Millimeter an seinem kopf vorbei und für 90 jährlich noch gar nicht ich hab ja auch sehr selten hier bekommen links oben ja oben wow was für ein aim ich damit hatte der hätte ihn jetzt auch genommen die pp ist richtig geil ne ich war mit range hier aber es ist genommen als ob du nur recoil hast ja ne er ist hinter den steinen gelaufen Bist du tot, ne? Nein. Wow, Digga, ich krieg hier nur Assists. Sorry. Das ist kein Ding. Boah, richtig geil, die P90. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Nur Shotgun? Oh ja, und den Magnum. Ich geh mit, Push. Mit Shotgun, oder? Ja. Hab ihn gehittet. Boah, was? Kein einziger Kugler hat Connected. Ja, okay, aber auch die Range. Nice. Da ist er. Boah, Kevin. Ha. Geil. Super, Mann, geil. Hier werden Secondaries auch mal nützlich, ne? Der sieht da so geil. Ja. Alter, was war das? Das ist ja vier auf mich, Digga. Beide rechts, Alter. Beide rechts? Ja. Bist du tot, ne? Nein. Aber low. Boah, was Digga? Alter, oh mein Gott. Der ist irgendwo. Der hat gerade geschrien. Er holt sich Flage. Scheiße. Er holt sich. Egal. Ich hab's versucht. Gegen mich. Scheiße, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da hat der Milchkack gekeilt, ne? Mhm. Was ist denn was jetzt? Ah, die FN. Ah, ja. FN, Fall, genau. Ne, hier ist die nur Fall. Ja. Oh ja, der ist hit. Noice. Hast du noch gewonnen? Nee. Noch nicht. Nur die Runde, nur die Runde, Digga. Beide One-Shot, Alter. Was sie gut angehitet. Matchpoint. Sagt der bei dir Matchball? Ja, Matchball. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir die Seite, Alter. Bei der ich noch die Schnauze kriege. Im Container, rechts hinten im Container. Sehr gut. Ah, warte. Sehr schön, Kevin. Sehr schön, ne? 10-2, 4-2. Da haben wir auf jeden Fall, äh... Die Gegner ein bisschen in der Luft zerrissen, oder, Kevin? Ja, das hat sich ein bisschen unfair angefühlt schon. Ja, ne? Ja, so als ob man einem... Eisverkäufer... ...mein Bein stellt und ihm ins Gesicht trifft. Nein, nein, nein. Ich will das auf YouTube hochladen, gerade. Oh, sorry, Alter. Da musst du auf jeden Fall rauspiepen. Oder... Oder einfach drin lassen. Na, kannst du dir bringen. Egal, ich piep's raus. Bis zum nächsten Video. ein Beispiel nennen, ich denke mal das Beispiel war gut oder ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall das war's für das Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Kevin schlürft noch mal rum.